es ist der freaky und wie ihr wahrscheinlich schon im titel gesehen hat designs for free genau mein designer hat halt gesagt dass er ab einer bestimmten abozahl und genau zu einer ab 300 abonnenten die designs for free macht und warum man die ab 300 abonnenten kostenlos macht weil er weiß nicht beispiel wenn die zehn abonnenten youtuber wie lange noch youtube macht dann können er von heute auf morgen wieder aufhören ich meine ab 300 abonnenten hast du schon eine kleine community oder anzahl an die leute die deine videos jetzt wirklich aktiv schauen und genau wenn es man zehn abonnenten youtube machen würde können nicht mal wissen wie lange youtube machen wird und genau für die leute der mich 300 abonnenten haben da gibt er einfach die sozusagen mal so ein gutschein code freak123 richtig einfaltreich gibt es einfach ein und wenn ihr dann in der nächsten woche ist halt der code gültig und dann kommt ihr das design fünf euro billiger genau leute das wollte ich einfach nur noch sagen ja das war es auch eigentlich vom video wenn es gefallen hat lasst du mal leicht da ich bin raus und ciao